Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Heute habe ich ein Thema für euch vorbereitet, über das ich schon sehr lange spreche und will und das ich für sehr, sehr wichtig halte. Und zwar über die Begrenzung von Vermögen. Ich will zeigen, warum das eine super gute Idee ist. Eine super gute Idee für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Starten wir los. Und zuallererst mal, warum so ein Video zu diesem Thema? Die Welt ist in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess. Dafür gibt es viele Belege, viele Gründe. Ein paar habe ich hier mal aufgelistet. Da hätten wir zum einen die anhaltende Virussituation, dann die jetzt beginnenden Aufstände, die wirtschaftlichen Veränderungen, dann technologische Entwicklung. Also habe ich hier mal exemplarisch die künstliche Intelligenz und 5G aufgeschrieben. Dann die weiter anhaltende Umweltzerstörung, die Migration und so weiter und so weiter. Der Ausgang dieser Entwicklungen ist naturgemäß ungewiss. Die Zukunft kann niemand voraussehen. Was aber gewiss ist, ist, dass dieser Wandel eine Riesenchance bietet. Eine Riesenchance, wirklich positive Veränderungen herbeizuführen. Und diese Chance sollten wir nutzen und dazu möchte ich mit diesem Video einen Beitrag leisten. Was erwartet euch in den nächsten paar Minuten? Zuallererst werde ich die wissenschaftlichen Grundlagen präsentieren, warum ich denke, dass die Begrenzung von Reichtum, die Begrenzung von Vermögen so eine super gute Idee ist. Dann schaue ich mir Gegenargumente dazu an. Was sagen Kritiker, und davon gibt es nicht wenige, der Idee, Reichtum zu begrenzen? Nachdem wir das angeschaut haben, geht es um die praktische Umsetzung. Da werde ich einen ganz spezifischen Vorschlag machen, wie wir sowas wirklich auch umsetzen können. Und dann noch zu der spannenden Frage, wie hoch sollte denn so eine Vermögensbegrenzung eigentlich sein? Was wäre da ein guter Wert? Genau, jetzt zum ersten Teil. Und da beginnen wir mit einer Studie der ETH Zürich. Die hat nämlich schon im Jahr 2011 eine Netzwerkanalyse der Weltwirtschaft durchgeführt. Dabei haben sich die Wissenschaftler angeschaut, wie sind die Eigentumsverhältnisse oder die Eigentumsbeziehungen unter den transnationalen Unternehmen. Dabei kam raus, dass 40% von allen über 43.000 betrachteten Unternehmen letztendlich von einer Gruppe von nur 147 transnationaler Unternehmen kontrolliert werden. Also nochmal, 40% von 43.000, also vielleicht so um die 15.000, 17.000 oder so, 17.000 Unternehmen werden von nur 147 Unternehmen kontrolliert. Was wir sehen können, ist also eine Machtkonzentration, die nur möglich ist, weil die Möglichkeit besteht, unbegrenztes Eigentum, unbegrenzte Mengen an Reichtum anzuhäufen. Denn die Kontrolle wird ja direkt über die Eigentumsverhältnisse ausgeübt. Und da können wir uns natürlich fragen, wollen wir das? Wollen wir das, dass eine kleine Gruppe von nur 147 transnationalen Konzernen über 40% der transnationalen Konzerne und damit eigentlich auch der transnationalen Wirtschaftsaktivitäten kontrolliert? Ich würde sagen, nein, das wollen wir nicht. Und es wäre leicht zu beheben, indem wir es nicht möglich machen, unkontrolliert und unbegrenzte Mengen von Reichtum anzuhäufen. Dann eine weitere Studie, die dasselbe Argument stützt. Und zwar geht es hier um eine Studie, die von der Universität Princeton durchgeführt wurde und untersucht hat, wie handelt das Parlament oder wie handelt die Politik in den USA eigentlich und was wollen die Bürger der USA eigentlich für Politik haben. Was genau gemacht wurde, ist, über einen langen Zeitraum, ein paar Jahrzehnte zurück, wurde verglichen, welche Entscheidungen hat die Politik, also Regierungen und Parlamente, gefällt zu bestimmten Themen, welche Gesetze wurden letztendlich beschlossen und was hat sich die Bevölkerung gewünscht. Dazu waren natürlich Umfragen notwendig. Also wurden die Fragestellungen untersucht, wo es Umfragen dazu gab im Vorfeld, welche Politik sich die Bevölkerung gewünscht hätte. Und was dabei rauskam, also bei dem Vergleich der erwünschten Politik von der Bevölkerung und der tatsächlich durchgeführten Politik der politisch Führenden ist, dass der Einfluss, Zitat, durchschnittlicher Bürger nahe Null ist. Also durchschnittliche Bürger haben praktisch keinen Einfluss auf politische Entscheidungen. Was ich hier jetzt nicht rausgeschrieben habe, was aber in derselben Studie steht, ist, wer stattdessen eigentlich den Einfluss hat. Und das sind, Zitat, Wirtschaftseliten. Also unter anderem Wirtschaftseliten. Aber was man sagen kann ist, Einfluss haben hauptsächlich Vermögende und Extremvermögende. Und das ist auch ganz klar. Wer Vermögen hat, setzt sein Vermögen ein, um das zu bekommen, was er will. Er übt Macht aus. Und diesen Effekt, den haben die Forscher von der Princeton-Universität für die USA ganz klar belegt. Die normalen Leute haben fast nichts zu sagen, während die wirtschaftlichen Eliten, die extrem Wohlhabenden, fast immer bekommen, was sie sich wünschen von der Politik. Auch hier sehen wir also, eine Machtkonzentration und eine Vermögensanhäufung gehen miteinander einher, sind stark miteinander verbunden. Und auch hier ist die Machtkonzentration nicht legitimiert durch die Bevölkerung. Und es gibt keinerlei Mechanismen, die sicherstellen, dass die Macht auch für das Gemeinwohl, für das größtmögliche Wohlergehen der größtmöglichen Anzahl an Leuten eingesetzt wird. Okay. Kommen wir zu einem weiteren Argument. Das ist jetzt eine eigene Rechnung, die ich mal so durchgeführt habe, um zu verdeutlichen, was man eigentlich mit einer Milliarde Euro kaufen kann und was man eigentlich kaufen kann, wenn man Milliardär ist. Und hier jetzt in Form von Jahren an Arbeitsleistung. Also eine Milliarde Euro kauft hier in Deutschland beim Durchschnittslohn und so weiter, acht Stunden Arbeitstag oder 40 Stunden Arbeitswoche. Das sind alles Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Wie viele Jahre Arbeitsleistung kann man sich also heute in Deutschland kaufen? Eine Milliarde Euro kauft 20.800 Jahre an Arbeitsleistung für die eigenen Ziele und Interessen. Sobald ich jemandem Lohn zahle, ist derjenige abhängig beschäftigt und arbeitet nicht mehr für seine eigenen Interessen und Ziele, sondern für meine Ziele und meine Interessen. So, das ist jetzt eine ganze Menge. 20.800 Jahre an Arbeitsleistung für eine Milliarde. Nun ist es jetzt aber nicht so, dass es niemanden gibt, der nicht viel mehr hätte als nur eine Milliarde Euro. Hier sehen wir mal die drei reichsten Personen der Welt derzeit. Das ist einmal Jeff Bezos, dann Bill Gates und dann Bernard Arno. Und darunter steht, wie viele Jahre an Arbeitsleistung, die sich jetzt heute, was haben wir heute, den 16. denke ich, 16. Juni hier in Deutschland leisten könnten. Jeff Bezos wäre in der Lage, zwei Millionen Jahre an Arbeitsleistung zu erwerben. Bill Gates 1,8 Millionen und Bernard Arno immerhin noch sportliche 1,4 Millionen Jahre an Arbeitsleistung für die eigenen Ziele und Interessen. Anders ausgedrückt könnte man sagen, dass alleine Jeff Bezos zwei Millionen Menschen in Deutschland für ein ganzes Jahr bezahlen könnte, um für seine Interessen zu arbeiten. Und ich betone das in Deutschland so sehr, weil hier in Deutschland die Löhne natürlich noch relativ hoch sind im Vergleich zum Weltdurchschnitt. Dafür kommen auch andere Qualifikationen im Sinne von technischer Umgang und so weiter. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber es ist dennoch der Fall, dass dasselbe Vermögen von zum Beispiel Herr Bezos in Ländern wie Indien oder ähnlichen Entwicklungsländern natürlich noch viel mehr Arbeitsjahre oder Jahre an Arbeitsleistung erwerben könnte. Auch hier sehen wir nichts anderes als eine Machtkonzentration. Wer ist schon in der Lage, zwei Millionen Menschen ein Jahr lang für seine Interessen arbeiten zu lassen? Fast niemand. Und gleichzeitig ist das letztendlich das, was Macht bedeutet, Kontrolle über jemand anderen zu haben. Und die Kontrolle können sich diese drei Herren hier in großen Mengen käuflich erwerben. Hier noch ein Bericht von der Organisation Oxfam. Die bringt jedes Jahr ihren Armuts- und Reichtumsbericht raus. Dieses Jahr heißt der Time to Care. Das passiert immer so am Anfang des Jahres. Ist dieses Jahr ein bisschen untergegangen wegen den ganzen vielen anderen Entwicklungen. Was da drin steht ist, im Jahr 2019 hatten die Milliardäre der Welt nur 2.153 Menschen mehr Vermögen als 4,6 Milliarden Menschen. Also was wir hier sehen ist, dass einerseits die Macht oder erstmal die Vermögen extrem konzentriert sind. Und wir haben ja in den letzten drei Folien gesehen, dass eine Vermögenskonzentration automatisch eine Machtkonzentration bedeutet. Also sehen wir, dass die Macht auf der Welt extrem ungleich verteilt ist. Extrem undemokratisch verteilt ist, könnte man auch sagen. Niemand hat einen Bill Gates oder einen Ben Aarno oder einen Jeff Bezos demokratisch legitimiert, so viel Kontrolle auszuüben. Darüber hinaus, denke ich, kann man daran aber auch noch sehen, dass Vermögen mehr Vermögen bringt. Die Konzentration nimmt zu. Das steht auch in dem Report, das ist auch seit Jahren bekannt, dass die Ungleichheit stetig weiterwächst. Warum ist das so? Naja, wenn Vermögen Macht bringen, dann werden diese Leute natürlich ihre Macht einsetzen, um ihr Vermögen zu vergrößern. Also kommt man da in eine Art Teufelskreis, wo sich die einzelnen Elemente gegenseitig verstärken. Und so kriegt man eben solche extremen Zahlen, wie das etwas mehr als 2000 Personen irgendwie mehr besitzen, mehr Vermögen besitzen als 4,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Genau, was sehen wir also? Unbegrenzte Vermögen führen zu einer demokratisch nicht legitimierten Machtkonzentration. Anders ausgedrückt, die Möglichkeit, unbegrenzte Vermögen anzuhäufen, ist eine direkte Gefahr für die Demokratie. Das haben wir jetzt anhand der 4 Argumente, anhand der 4 Studien und Untersuchungen, die ich präsentiert habe, gesehen. Nochmal, Vermögen, Vermögenskonzentration bedeutet Machtkonzentration. Und zwar nicht legitimierte Machtkonzentration und unkontrollierte Machtkonzentration. Niemand achtet darauf, niemand hat die Möglichkeit darauf zu achten, dass diese Macht auch im Sinne der Allgemeinheit eingesetzt wird. Das ist schädlich für die Demokratie. Es macht sie sogar in weiten Teilen unmöglich. Okay, kommen wir zum nächsten größeren Argument. Und zwar, dass eine gerechte Vermögensverteilung zu mehr Wachstum führt. Genau, also wir brauchen eine Begrenzung von Vermögen, um eine gerechte Vermögensverteilung zu erreichen. Haben wir gerade gesehen, die haben wir nicht. Und jetzt gibt es zum Beispiel von der OECD Untersuchungen, dass eine gerechte Vermögensverteilung auch noch das wirtschaftliche Wachstum fördert. Konkret heißt es, in einer Untersuchung der OECD mit dem Namen Inequality and Growth, also Ungleichheit und Wachstum, Zitat, nein, noch kommt das Zitat nicht. Erstmal, wirtschaftliche Ungleichheit beeinträchtigt das Wirtschaftswachstum, und jetzt das Zitat, signifikant. Also es gibt deutliche Anzeichen laut der OECD, dass wirtschaftliche Ungleichheit das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt. Wir können also sagen, wenn es diese Beeinträchtigung nicht gibt, also wenn es weniger Ungleichheit gibt, dann gibt es mehr Wachstum. Wir können also sagen, Gerechtigkeit, Vermögensgerechtigkeit, eine gerechte Vermögensverteilung führt zu mehr Wachstum. Das können wir logisch schlussfolgern aus einem Bericht der OECD von 2014. Dasselbe Argument wird gestützt von einer Veröffentlichung, von einer Studie, die die Weltbank in einem Bericht von 1996 veröffentlicht hat, denke ich. Bei dem Jahr bin ich mir nicht ganz sicher, das könnt ihr in den Quellen nachschauen. Da habe ich alles verlinkt, alle Studien, die ich hier präsentiere, könnt ihr dort nachsehen. Genau. In diesem Bericht ging es um wirtschaftliche Entwicklung oder geht es um die wirtschaftliche Entwicklung in südostasiatischen Ländern. Da gab es nämlich eine Besonderheit, dass die Anfang der 80er Jahre mehr oder weniger gleich aufgestellt waren. Anfang der 60er Jahre, Entschuldigung. Also über einen Zeitraum von 30 Jahren, an deren Anfang waren die alle wirtschaftlich recht gleich. Und dann gab es Länder, die haben sich über eine Periode von 30 Jahren bis 1985 viel stärker entwickelt als andere. Und da wurde eben untersucht, woran könnte das liegen. Und dabei kam heraus, dass ein wesentlicher Faktor die unterschiedliche wirtschaftliche Gleichheit und Ungleichheit sein könnte. Anders ausgedrückt, die Verteidigungsgerechtigkeit scheint eine große Rolle dabei gespielt haben. Und kann erklären oder zu großen Teilen erklären, weshalb sich bestimmte Länder viel besser entwickelt haben in diesem 30 Jahre Zeitraum als andere. Konkret heißt es, Zitat, der Wachstumsimpuls durch geringe Ungleichheit könnte ziemlich groß sein. Die Autoren drücken sich hier vorsichtig aus, was auch verständlich ist, denn gerade in den Wirtschaftswissenschaften gibt es eine nicht gerade kleine Gruppe, eine nicht gerade wenig vertretene Meinung, dass das Gegenteil der Fall sein könnte. Also, dass große Ungleichheit das Wirtschaftswachstum geradezu fördert. Hier wird sich also sehr vorsichtig ausgedrückt. Nichtsdestotrotz können wir es zumindest als einen starken Indiz sehen, der ja auch noch von einem, von dem Argument, von der Studie, von der OECD, die ich eben präsentiert habe, gestützt wird. Also, eine gerechte Vermögensverteilung fördert Wirtschaftswachstum. Und eine gerechte Vermögensverteilung kriegen wir hin, indem wir die Vermögen begrenzen. Denn dann ist es nicht mehr möglich, für einige wenige nahezu unbegrenzte Mengen anzuhäufen, die dann nicht mehr für andere zur Verfügung stehen. Genau, und damit kommen wir zum letzten gewichtigen Argument für die Einführung einer Vermögensbegrenzung, der Begrenzung von Reichtum. Und zwar, dass sie zu mehr Zufriedenheit führt. Auch hier ist wieder der Zwischenschritt mit der Vermögensverteilung notwendig. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass, das ist eigentlich in der Psychologie, ist das recht unumstritten und gut belegt, dass erstmal der materielle Wohlstand ab einem bestimmten Level, wenn die Grundbedürfnisse gesichert sind, also das Bedürfnis, oder sagen wir die Existenz gesichert ist, so grundlegende Bedürfnisse wie Essen, Behausung, Sicherheit und so weiter, wenn das alles erfüllt ist, dann hat der materielle Wohlstand, das Vermögen eigentlich kaum noch Einfluss oder sogar gar keinen Einfluss mehr auf das wahrgenommene Glücksempfinden. Aber mehr noch, die Datenlage ist sogar so, dass die Einkommensverteilung einen ziemlich großen Einfluss auf die Zufriedenheit zu haben scheint. Das ist vor allem in reichen Ländern, also dort, wo die Existenz gesichert ist, der Fall. Dort kann man also nicht mehr ablesen, wie glücklich jemand vielleicht ist, wenn man sich sein Vermögen anschaut, sondern wenn man sich anschaut, wie gerecht ist denn das Vermögen in der Bevölkerung generell verteilt. Anders ausgedrückt geht es mehr darum, wie ist die eigene Position relativ in der Gesellschaft, sehe ich mich als arm im Vergleich zu meinem Nachbar, als von der absoluten Position. Also kann ich mir jetzt nur einen Golf leisten oder einen Porsche? Das ist eigentlich egal. Wichtig ist, ob sich mein Nachbar einen Porsche leisten kann und ich nur einen Golf. Das ist jetzt nur ein Effekt, weshalb der Einfluss der Vermögensverteilung so groß ist auf die Zufriedenheit. Was aber feststeht, ist die Einkommensverteilung und die Vermögensverteilung haben einen großen Einfluss auf die Zufriedenheit. Gleichzeitig wissen wir, dass die Höhe der Vermögen, der absolute Betrag des Vermögens, keine so große Rolle spielt für die Zufriedenheit. Wir würden also niemanden unglücklicher machen, wenn wir sein Vermögen etwas schmälern. Das würde eh nur sehr wenige Personen betreffen und die wären dann auch immer noch in der Lage, sich alles Mögliche auf der Welt zu kaufen. Dazu kommen wir gleich noch, wie groß diese Begrenzung vielleicht sein sollte. Aber um das umzusetzen, müssten natürlich ein paar Personen ihr Vermögen reduzieren. Hier habe ich jetzt nur eine Studie angegeben, von der ich denke, dass sie ausreicht, weil sie in ihrer Einleitung auf sehr, sehr viele andere Studien verweist. Das empfehle ich sehr mal durchzulesen. Die Studie ist in Englisch, aber mit DeepL zum Beispiel, dem Programm DeepL, kann man die sehr leicht auf Deutsch übersetzen. Da werden viele, viele Erkenntnisse der vergangenen Jahrzehnte der Psychologie zusammengefasst und auch mit Quellenangaben versehen. Wir sehen also, eine gerechte Vermögensverteilung führt zu mehr Zufriedenheit. Um eine gerechte Vermögensverteilung zu erschaffen, brauchen wir eine Begrenzung der Vermögen. Denn wenn es diese nicht gibt, dann gibt es auch eine Machtkonzentration und diese Macht wird immer dazu verwendet werden, um mehr Vermögen anzuhäupen. Das wiederum macht eine gerechte Vermögensverteilung unmöglich. Hier habe ich es nochmal aufgeschrieben. Eine gerechte Vermögensverteilung fördert die Zufriedenheit aller. Aller, weil selbst diejenigen, die Vermögen verlieren, darunter höchstens kurz leiden werden. Aber ihre Lebenszufriedenheit hängt davon nicht ab. So, das Fazit aus diesem ersten Abschnitt, wo wir uns die wissenschaftlichen Argumente für eine Vermögensverteilung angeschaut haben, ist Eine gerechte Vermögensverteilung fördert die Demokratie, das Wirtschaftswachstum und die Zufriedenheit. Kommen wir zu Teil 2. Schauen wir uns Gegenargumente an. Da gibt es vor allem zwei, die immer wieder auftauchen. Das erste lautet in etwa so. Nur wer kompetent ist, kann ein großes Vermögen erarbeiten. Solche Personen sollten viele Ressourcen kontrollieren. Also, anders ausgedrückt, um sich, um reich zu werden, muss man was leisten. Und wer was leistet, der leistet was für alle. Sorgt zum Beispiel dafür, dass viele Güter produziert werden oder sowas ähnliches. Und deswegen sollte man ihm auch die Kontrolle über viele Ressourcen geben. Weil das letztendlich gut ist für alle. Also, den Leistungsfähigen, den Leistungsträgern der Gesellschaft, den Kompetenten, den fähigen Leuten, sollte man einfach mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, weil das letztendlich gut für die gesamte Gesellschaft ist. Und an diesem Argument ist etwas Wahres dran. Um sich ein großes Vermögen zu erarbeiten, braucht man bestimmte Fähigkeiten. Und viele dieser Fähigkeiten sind wirklich nützlich für die Allgemeinheit. Das gilt aber nicht für alle Fähigkeiten. Ein exzellenter, ein sehr talentierter Dieb zum Beispiel, kann auch ein großes Vermögen erarbeiten, sozusagen. Aber hat er damit wirklich jemandem genützt? Wohl eher nicht. Des Weiteren werden große Vermögen nicht nur erarbeitet. Sie werden zum Beispiel auch vererbt. Es gibt also nicht nur eine Möglichkeit oder nicht nur die Möglichkeit der Leistung, um an große Vermögen heranzukommen. Dieses Argument hat also einen wahren Kern. Es ist aber nicht so allgemeingültig, wie dessen Vertreter gerne glauben. Zum zweiten Argument. Die Gier ist eine starke Motivation. Sie bringt Menschen dazu, ihr Bestes zu geben. Das ist gut für alle. Also auch hier wieder die Argumentation. Letztendlich ist das Anhäufen, das unbegrenzte Anhäufen gut für alle. Die Möglichkeit zur unbegrenzten Anhäufung. Diesmal ist das Argument eher psychologischer Natur. Es wird gesagt, naja, die Gier ist so eine starke Triebfeder. Die sollten wir nicht kaputt machen. Und da ist auch was Wahres dran. Natürlich ist die Gier für viele Menschen eine starke Motivation. Und aus dieser Motivation heraus können wunderbare Dinge geschaffen werden. Allerdings ist es auch hier, wie im ersten Fall, bei dem ersten Gegenargument, auch so der Fall, dass dieses Argument nicht so allgemeingültig ist, wie dessen Vertreter annehmen. Denn die Gier ist erstmal nicht die erste Motivation, die uns treibt. Wir Menschen sind komplexe, vielschichtige Wesen. Wir haben verschiedene Motivationen, verschiedene Antriebe. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Und die Gier ist nur einer dieser Antriebe. Außerdem ist die Gier kein Antrieb, der zwangsläufig ein positives Resultat bringt. So ähnlich wie im ersten Argument, das ich gerade eben besprochen habe. Die Gier ist in gewisser Weise eine blinde Kraft. Denn die Gier führt dazu, dass sich der Horizont des Handelnden extrem verengt. Auf die eigene Welt, auf die eigenen Probleme, auf die eigenen Verlangen, auf die eigenen Wünschen. Die Gier setzt sozusagen Scheuklappen auf. Und diese Scheuklappen führen dazu, dass viele Informationen, viele relevante Informationen nicht beachtet werden. Jemand, der aus Gier handelt, für seinen eigenen Vorteil, der kann also etwas Gutes schaffen. Er kann aber auch etwas extrem Schlechtes schaffen. Und das muss er dabei nicht mal wollen. Es kann sein, dass er nichts Böses im Sinn hat, aber aufgrund der eingeschränkten Weltsicht etwas Schlechtes tut in seinem blinden Handeln. Also die Gier ist eine Motivation. Sie führt dazu, dass wir uns bemühen, dass wir uns anstrengen. Aber sie kann viele negative Resultate hervorbringen. Und das ist natürlich bei anderen Antrieben auch so. Aber hier ist es eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Und die Gier hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, negative Resultate zu produzieren. Was wir zum Beispiel an der Umweltzerstörung sehen können, die durch unser Wirtschaftssystem hervorgerufen wird. Okay, soviel zu den Gegenargumenten. Wir haben also gesehen, die beiden häufigsten Gegenargumente gegen eine Vermögensbegrenzung können wir leicht entkräften. Wie sieht es aus mit der praktischen Umsetzung? Eigentlich ganz einfach. Denn alles, was wir brauchen, um das Ganze praktisch umzusetzen, wäre eine gesetzliche Regelung. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe einfach mal ein Gesetz, so als Anschauungsbeispiel, um zu zeigen, wie das aussehen könnte. Ich habe natürlich keine Erfahrung darin, Gesetze zu schreiben. Und ein echtes Gesetz müsste von Profis geschrieben werden, die wissen, wie Gesetze geschrieben werden müssen, dass sie auch wirklich formal gültig sind und alle Ansprüche an juristische Texte erfüllen und so weiter. Das hier ist jetzt exemplarisch, um mal zu zeigen, dass eigentlich gar nicht so viel notwendig ist, um ein sinnvolles Gesetz zu schreiben, dass eine sinnvolle Vermögensbegrenzung einführt. Also das Gesetz sollte den Titel tragen, Verteidigungsgerechtigkeit. Absatz 1 Alle Mitglieder der Gesellschaft dürfen höchstens eine festgelegte Menge an Vermögen besitzen. Absatz 2 Der Betrag der Menge wird durch die Gesellschaft bestimmt und regelmäßig an äußere Umstände angepasst. Also hier sehen wir schon, es geht darum, die Höhe auszuhandeln und zwar sinnvoll und rational auszuhandeln und auch dynamisch anzupassen. Es geht hier nicht darum, einen Betrag zu diktieren. Und es geht auch nicht darum, die Wirtschaft zu ersticken. Darum geht das natürlich sowieso nicht. Aber es ist daran gedacht, dass die Wirtschaft ein dynamisches Wesen ist, dass sich die Wirtschaft entwickelt und dass die Höhe der Vermögen auch angepasst werden muss. Absatz 3 Erachtet die Gesellschaft es für notwendig oder sinnvoll, dass ein Mitglied oder eine Gruppe von Mitgliedern zusätzliches Vermögen besitzen kann, so kann sie dieses Recht gewähren, sofern es der Förderung des Gemeinwohls dienlich ist. Hier eine weitere Notwendigkeit für ein solches Gesetz. Es kann notwendig und sinnvoll sein, dass bestimmte Gruppen oder Personen mehr Ressourcen zur Verfügung haben, als die Obergrenze erstmal vorsieht. Beispielsweise könnte ein Herzchirurg, der eine ganz bestimmte Technik gemeistert hat, in der Lage sein oder ihm könnte erlaubt werden, einen Helikopter zu besitzen. Einfach, weil seine Fähigkeit so nützlich für die Gesellschaft ist und an so vielen Orten gebraucht wird, dass es für ihn einfach sinnvoll ist, mit einem Helikopter von Notfall zu Notfall zu fliehen. Diese Möglichkeit sollte in dem Gesetz vorgesehen werden. Allerdings nur mit klarer Zustimmung der Allgemeinheit. Und unter der Voraussetzung, dass die Anhäufung oder das Mehr an Besitz, das Mehr an Vermögen auch dem Gemeinwohl dient. Genau, soviel zu dem Gesetzesvorschlag. So etwas könnte jederzeit vom Parlament beschlossen werden. Das ist nur eine Frage des politischen Willens. Und nun geht es zu der Frage, wie hoch sollte denn die Vermögensbegrenzung ausfallen? Und da möchte ich keine Zahl nennen, denn ich denke, diese Zahl sollte gesellschaftlich ausgehandelt werden. Stattdessen möchte ich ein paar Anregungen hier zum Schluss mitgeben, die uns dabei helfen könnten, einen geeigneten Wert, einen geeigneten Betrag zu finden. Also, die Grenze sollte so gewählt werden, dass keine dominierende Macht angehäuft werden kann. Das haben wir in den ersten Beispielen am Anfang des Videos besprochen. Dann sollte die Grundversorgung aller sichergestellt werden können. Das bedeutet vor allem die Grundversorgung mit Nahrung, Behausung, Kleidung, medizinischer Versorgung und Bildung. Diese sollten für alle zur Verfügung stehen. Genau. Dann sollte die Grenze so gewählt werden, dass nur wenige Mitglieder der Gesellschaft sie auch tatsächlich erreichen. Zum Beispiel, einer der Gründe dafür ist, dass die Motivation erhalten bleiben soll. Das haben wir bei den Kritikern als Gegenargument gerade eben gehört. Um diese Motivation aufrecht zu erhalten, sollten tatsächlich nur wenige Mitglieder der Gesellschaft diese Grenze auch erreichen. Und dann als letzter Punkt halte ich es für wichtig, dass die Grenze so gewählt wird, dass sie ausreichend Raum für wirtschaftliche Dynamik gewährt. Also wenn der Spielraum für autonomes Handeln, also für eigenständiges Handeln, eigenverantwortliches Handeln der Wirtschaftsakteure zu sehr beschnitten wird, dann ist das auch hinderlich für die Wirtschaft. Die Wirtschaft sollte prinzipiell dezentral agieren. So viel Verantwortung wie möglich sollte bei der niedrigstmöglichen Ebene liegen. Das nennt man auch das Subsidiaritätsprinzip. So sollte die Wirtschaft funktionieren. Und um das zu ermöglichen, muss man den wirtschaftlichen Akteuren auch Handlungsspielraum geben. Das ist hiermit gemeint. Es sollte ausreichend Raum für Dynamik erhalten bleiben. So und damit sind wir am Ende von diesem Video angelangt. Jetzt zum Schluss noch ein Hinweis. Ich habe auch eine schriftliche Ausarbeitung des Inhalts dieses Videos angefertigt. Den verlinke ich unten. Das sind drei Seiten. Da findet ihr den ganzen Inhalt dieses Videos fein säuberlich geordnet, schnell und einfach zu lesen und auch zum Verteilen wunderbar geeignet. Dort findet ihr auch alle Quellen aufgelistet. Und ich möchte euch bitten, nutzt die Möglichkeit, dieses Dokument und dieses Video zu verbreiten. Denn das ist die Voraussetzung für echten Fortschritt. Wir müssen darüber aufklären, was möglich ist. Wie wir unsere Gesellschaft gestalten können. Da kannst du, kann jeder von euch direkt beitragen, indem er Menschen, indem er Personen, die er für geeignet hält, die sich vielleicht für dieses Thema interessieren könnten, auf dieses Video oder die Zusammenfassung dieses Videos in Textform hinweisen. Alle Bestandteile dieses Videos dürfen gerne genutzt werden, um daraus neue Videos zu basteln. Und auch das Dokument darf frei verbreitet werden. Das ist alles unter der Creative Commons Lizenz. Okay, das war's hier für heute von Menschliche Welt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.